Ja, Treschi, eine ganz, ganz bittere 1-3-Niederlage der Schanzer gestern in Paderborn. Es war ein Spiel, das zwei Gesichter hatte, 60 Minuten lang sehr, sehr guten Fußball von uns, 30 Minuten eher schwach, in denen dann auch die drei Tore gefallen sind von Paderborn. Welches Fazit würdest du zu gestern ziehen? Ja, wie du sagst, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, gestern das Spiel gelaufen. Wir haben hart für das 1-0 gearbeitet, dann haben wir es endlich und auf einmal brechen wir komplett auseinander. Das 1-1 von Paderborn war so ein bisschen so ein Genickbruch. Danach sind wir gar nicht mal richtig ins Spiel gekommen. Wir haben zwar die Riesenmöglichkeit vom Dario zum 2-2, ist natürlich momentan auch so ein Punkt. Wir haben riesen Chancen, auch schon in der ersten Halbzeit. Wir müssen eigentlich mit 1-2-0 in die Halbzeit gehen. Danach haben wir nochmal ein, zwei große Chancen, die wir einfach momentan nicht nutzen. Dass wir dann hinten solche Gegentore kriegen, ist natürlich doppelt ärgerlich. Das Thema Chancenverwertung ist ein sehr, sehr großes beim FCI aktuell in den letzten vier Spielen. Die letzten vier Niederlagen hat es nie wirklich geklappt, die Chancen auch zu nutzen, die man hatte. Jetzt steht eine Länderspielpause bevor. Woran kann man denn arbeiten, dass es endlich klappt und der Knoten endlich platzt? Ich glaube, du triffst es ganz gut. Die letzten vier Spiele waren die Chancenverwertung gleich null. Wir haben zwar riesen Dinger gehabt, nicht nur jetzt in Paderborn, sondern auch schon gegen Berlin gegen Köln hatten wir riesen Chancen. Die haben wir einfach nicht genutzt. In der Länderspielpause können wir einfach nur weiter daran arbeiten. Es bleibt nichts anderes übrig, jedes Training Vollgas zu geben, sich das Glück zu erarbeiten. Das bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen weiter arbeiten. Es ist rechnerisch alles möglich. Es sind vier Punkte, jetzt kommen zwei entscheidende Spiele auf uns zu, da müssen wir gewinnen. Ich sage bewusst müssen, weil es einfach entscheidende Spiele sind für uns. Da sieht man, in welche Richtung es geht. Wir wollen die Spiele gewinnen, deswegen heißt es arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann das Glück zu erzwingen und gegen Sandhausen die drei Punkte einfahren. Sandhausen ist ein Team, das jetzt 4 zu 0 gegen St. Pauli gewonnen hat. Duisburg auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die waren jetzt spielfrei am Wochenende, weil das Spiel abgesagt wurde gegen Köln. Was zeichnet die beiden Teams aus? Aber warum klappt es auch für die Schanzer genau in diesen zwei Spielen? Ja, man hat gesehen, Sandhausen gewinnt auf einmal 4 zu 0 gegen Pauli. Das hat niemand erwartet. Deswegen kann die Liga jeder jeden schlagen. Das macht es, glaube ich, so ganz attraktiv in der Liga. Aber Sandhausen ist nicht die Mannschaft, die ist gefestigt. Die haben ihre Probleme im Umschaltspiel. Das müssen wir ausnutzen. Wir wollen mehr Ballbesitz haben, wir wollen sie laufen lassen und dann müssen wir halt einfach unsere Chancen machen. Und das ist das große Thema bei uns. Gausi, ein Tag zum Vergessen. Vielleicht gestern in Paderborn für die Schanze eine 1 zu 3 Niederlage gegen den SCP. Wenn du zurückblickst auf die 90 Minuten, welches Fazit würdest du zum Spiel ziehen gestern? Ja, ich denke, das war wieder eine absolut vermeidbare und unnütze Niederlage. Wir hatten das Spiel eigentlich lange Zeit gut im Griff, haben dann auch in der zweiten Halbzeit die Führung geschossen, haben uns endlich belohnt für den Aufwand. Und dann haben wir es letztendlich aus der Hand gegeben, was eigentlich so nicht passieren darf. Muss man ganz klar sagen, die Tore, die Art und Weise, wie die gefallen sind, die dürfen so nicht fallen. Und so bringen wir uns halt letztendlich selber auf die Verliererstraße. Ich denke, auch nach dem 1 zu 1 musst du schauen, dass du als Mannschaft dann zumindest konsequent den einen Punkt verteidigst. Und das haben wir halt dann bei den Gegentoren nicht mehr gemacht. Letztendlich bist du dann selber schuld, musst du dir in die eigene Nase fassen, weil du das Ding halt wirklich selbst aus der Hand gegeben hast und den Gegner stark gemacht hast. Das Ding selbst aus der Hand gegeben habt ihr vielleicht ab der 60. Minute. Da hat man von außen so einen Bruch im Spiel gesehen, irgendwie vor den letzten 30 Minuten, in denen dann auch die Tore gefallen sind von Paderborn. Wie kann man sowas erklären als Spieler? Letztendlich kannst du es nie erklären. Ich denke, erfahrungsgemäß ist es einfach so aufgrund der Situation, dass sich natürlich jeder Gedanken macht. Du gehst in Führung, hast bis dahin viel dafür getan, dass du auch in Führung gehst. Du hast viele gute Angriffe gehabt, hast Torchancen, die du vorher nicht genutzt hast. Dann nutzt du endlich die Torchancen zum 1 zu 0. Und dann hast du natürlich im Kopf auf einmal auch, jetzt müssen wir es sichern. Dann haben wir nach vorne nicht mehr so aggressiv verteidigt, wie wir es vorher gemacht haben, wo wir dann Paderborn auch wenig in ihr Umschaltspiel gekommen lassen haben. Wobei wir auch bis dahin eigentlich dann weiterhin nichts zugelassen haben. Das muss man auch sagen. Wir waren vielleicht nach vorne nicht mehr so aktiv wie vorher, aber haben nach hinten eigentlich auch nichts zugelassen. Und dann kriegen wir halt mit dem Distanzschuss das 1 zu 1. Und dann hast du halt gesehen, dann fangen wir erst recht an zu überlegen. Dann ist das Selbstvertrauen auch aktuell nicht so hoch, dass du sagst, du spielst das Ding jetzt locker weiter runter. Trotzdem fehlt halt auch ein Stück weit dann die Dreckigkeit. Da den Punkt dann einfach mitzunehmen, auch zu salfen. In den gewissen Aktionen, in den Zweikämpfen auch eine Härte an den Tag zu legen, die für den Abstiegskampf auch unentbehrlich ist. Und das hatten wir dann nach dem 1 zu 1 vor allem auch gar nicht mehr. Das Thema Abstiegskampf geht weiter. Keine Frage, Tabellenletzter ist der FCI. Jetzt wartet eine Länderspielpause auf uns. Danach kommen mit Sandhausen und Duisburg zwei Gegner, die ganz, ganz unten mit uns im Tabellenkeller mitmischen. Wie gehst du die Länderspielpause an? Und wie geht man dann auch die Spiele gegen Sandhausen und Duisburg an? Ja, letztendlich, warum nicht groß drum herumreden? Es sind zwei absolute Endspiele gegen direkte Konkurrenten. Da musst du punkten aufgrund der Situation. Wir sind vier Punkte hinten dran, mindestens. Und Ausreden etc. gibt es jetzt nicht mehr. Sondern wie Trainer gestern schon gesagt hat, es sind jetzt acht Endspiele. Und die nächsten zwei Spiele sind einfach richtungsweisend. Du brauchst einfach da zwei Siege raus, um überhaupt noch eine Chance zu haben, bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen zu können. Weil wenn du die Spiele natürlich nicht gewinnst, dann brauchst du nicht mehr groß zu rechnen. Das ist klar. Aber wir sind uns der Situation bewusst nichtsdestotrotz. Wie gesagt, fehlt dem Abstiegskampf aktuell halt auch ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber auch natürlich die Entschlossenheit, wenn man eine Führung hat oder die Torchancen, die wir gestern wieder zu Haufe hatten, dass wir die halt auch in aller Konsequenz nutzen. Und sei es halt nur darum, einen Punkt in Paderborn mitzunehmen. Natürlich wären drei Punkte schöner gewesen in der Situation. Aber wie gesagt, selbst nach dem 1-1 heißt es ja nicht, dass wir jetzt volle Pullen nach vorne fahren müssen. Sondern selbst da musst du achtsam sein, dass du halt wenigstens den einen Punkt mitnimmst, der in der Situation natürlich auch wichtig sein kann, weil du trotzdem noch ein Stück weit näher in Schlagdistanz bist, als wenn du vier Punkte hast. Weil drei Punkte kannst du mit einem Sieg machen, vier Punkte brauchst du schon zwei Spiele für. Und von daher ist das einfach ärgerlich. Aber jetzt die nächsten zwei Wochen werden wir weiter nutzen, um trotzdem an unseren Schwächen, an unseren Fehlern zu arbeiten und die Sachen, die wir erarbeiten, noch weiter zu erarbeiten.